Herzlich Willkommen zum Guide, wie ihr den extrem guten Rat ein exotisches Maschinengewehr bekommt. Ihr seht schon, was das Geile an dieser Waffe ist. Ihr könnt nämlich sehr sehr lange schießen, wenn ihr keinen Gegner dabei trefft. Das funktioniert auch für die Mirakel in der Gläsernen Kammer und für die Schilder in der Gläsernen Kammer und bei Cobraun zum Beispiel. Es wird euch nicht abgezogen als Treffer, sondern es gilt als Nicht-Treffer und nur wenn ihr keine Treffer landet, habt ihr eine 95% Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuss in das Magazin zurückgeht. So, hier sind wir beim exotischen Waffenbeutezug auswählen und da brauchen wir eine Stimme in der Wildnis, durch Suche Beutetepos auf dem Mars nach Hinweisen. Das nehmen wir an und dann fliegen wir zum Mars. So, wir kommen jetzt neben der Patrouille auf dem Mars unterwegs und jetzt geht es darum, Kisten zu öffnen und davon möglichst viele. Wir fangen an mit den gängigsten Positionen für die Kisten. Das ist einmal hier unten, neben dem allerersten Gebiet, wo ihr startet. Und zwar in dieser Höhle. Das sind ab und zu Kisten. Das wissen wir leider nicht. So, dann haben wir hier noch... Ah ja, da haben wir schon die erste Kiste. Da ist ein Kistenspawnpunkt. Da war leider der extrem gute Rad noch nicht versteckt. Hier ist noch ein Kistenspawnpunkt. Die machen wir auch noch auf. Leider auch noch nicht drin. Ihr müsst dafür ein paar mehr Kisten, oftmal um so vier bis zehn, würde ich mal schätzen. Kommt immer ein bisschen drauf an. Hier ist es zu viel für eurem Kistenspawnpunkt. Das ist leider keine Kiste. Das ist keine, die ich sehen würde. Dann können wir hier rausgehen. Und hier oben ist auch noch ein Kistenspawnpunkt. Das ist auch keine. Und da hinten Spawnpunktkisten. Einmal da oben und da hinten auf der Terrasse. Wenn ich auch immer mal dazu sagen will. Da ist auch nix. Da oben war auch nix. Dann gehen wir in das Gebiet, wo es wirklich einfacher geht. Und zwar fangen wir vorne links an. Genau. Und zwar hier unten. In dieser Höhle oder wie auch immer dazu sagen will. In diesem Bunker spawnen auch ab und zu Kisten ist es hier nix. Dann gehen wir hier raus. Gehen direkt, ja, man sollte nicht tanken bleiben. Gehen direkt in die nächste Höhle da oben. Hier ist es hier. Da ist es leider auch nix. Aber hier sind noch mehr von diesen Höhlen. Und zwar genau hier die nächste. Da ist es leider auch nix drin. So, jetzt gucken wir erstmal hier hinten. Hier oben spawnen auch Kisten. Guck mal hier. Und da oben ist leider auch nix. Obendrauf hier spawnen öfters auch mal Kisten. Dann gehen wir erstmal in die Höhle rein. Da ist noch ein Kistenspawnpunkt. Das ist leider jetzt auch nix. Vorführeffekt. Daneben schießen ist auch gut. Dann hier oben ist auch noch ein Kisten spawnenpunkt. Das war hier links. Da ist leider auch nix. Und dann gehen wir hier unten. Und gehen in die Höhle rein. Alles ist eine Kiste. Vorsicht. Ah, eine widerspenstige Waffe. Ja, das war es. Jetzt kann man den Kreis noch zu Ende gehen. Und zwar hier unten durch. Und dann immer die Bunker abfahren. Auf die andere Seite durch die Bunker gehen. Und dann wieder bei der Höhle anfangen, wo wir zuerst reingegangen sind. Dann hatten so ziemlich alle Spots hier abgeklopft. Da oben spawnen auch manchmal Kisten. Man kann ja mal wieder hier herauspicken und gucken, ob da noch ne Kiste ist. Und dann diese auch mal mitnehmen. So, der nächste Schritt ist eine widerspenstige Waffe. Bring dir das Gehäuse zum Waffenmeister. Wir sind schon mal in den Turm geflogen. Der Waffenmeister befindet sich da vorne. Er blinkt auch schon mit seinem grünen Kugel-Icon. Wie auch immer man dazu sagen will. Dann quatschen wir ihn doch mal schief von der Seite an. Gib mir das Maschinengewehr ab. Es tut mir leid, Tüter. Nächste Beutezugphase. Besorge ein makelloses Munitionsmodul des goldenen Zeitalters von Xyr, dem Agenten der Neuen. Das heißt, den nächsten Schritt können wir erst machen, wenn Xyr wieder im Riff bzw. im Turm ist. Das ist immer von Freitags bis Sonntags um 10 Uhr bzw. 11 Uhr, je nach Zeitverschiebung. Und dann müssen wir jetzt erstmal warten und wenn Xyr da ist, dann kaufen wir dieses Munitionsmodul. So, wir haben lang genug auf Xyr gewartet und Xyr ist jetzt im Turm und wir kaufen jetzt das makellose Munitionsmodul bei ihm. Dazu gehen wir einfach hin. Und hier sieht man schon einen exotischen Waffenbeutezug. Und man braucht eine seltsame Münze dafür. Dann kriegt man das makellose Munitionsmodul des goldenen Zeitalters. Das kaufen wir jetzt. Und der nächste Schritt beim extrem guten Rat Bounty ist, schalte Feinde mit Maschinengewehren aus. 500 Stück. Das machen wir wohl im dunklen Jenseits und dazu melde ich mich gleich zurück. So, wir müssen Maschinengewehrkills machen für den extrem guten Radbeutezug. Und dazu empfiehlt sich mal wieder das dunkle Jenseits. Wir spielen es auf Level 9. Wenn ihr nur die Kills machen wollt, könnt ihr es auch auf Level 6 spielen. Aber ich will noch ein bisschen Glimmer dazu farmen. Und dann bietet es sich an, es auf heroische Stellen mit dem mehr gelbe Gegner habt. Ich habe übrigens gerade getestet bei Grotas Ende. Viele von euch werden sich das gedacht haben, bei Grotas Ende am Lampenlabyrinth am Anfang kommen sehr, sehr viele kleine Gegner. Wenn man die schnell killt, geht das sehr, sehr flott? Ja, geht es nicht. Ich habe gerade geschaut. Ich hatte 46 Kills vorher aus dem Weekly. Und ich habe die 46 Kills immer noch. Das heißt, Gegner, die ihr in Grotas Ende killt, zählen nicht zu diesen Bounty dazu. Warum das so ist, da müsst ihr leider Bungie fragen. Kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich, weil sie dann auch denken, dass das zu leicht ist. Weil die Gegner immer wieder nachspawnen. Und man sich nur dann in einen Gang stellen muss. Und die ganze Zeit einfach die Gegner wegholzen kann. Wir spielen deswegen mal wieder das dunkle Jenseits. Hier funktioniert das dann auch. Das dauert natürlich ein bisschen länger, weil man sich immer wieder wipen muss und so weiter. Denkt daran, nicht den Ritter zu töten. Sondern einfach nur die Leibeigenen und Akolyten, die da aus dem Tor rausstürmen. Und dann habt ihr das so nach 10 bis 15 Toten habt ihr es ungefähr. Je nachdem, wie viel schwere Munition ihr einsetzt, wenn ihr noch Synthesen nehmt. Ich habe jetzt hier Ruinenflügel drin logischerweise. Wenn ihr keinen Titan habt, dauert es natürlich noch mal ein bisschen länger, weil ihr nicht immer so viel Munition findet. Versucht es dann die Gegner mit Super zu eliminieren, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihr schwere Munition getroppt bekommt. Oder mit Granaten, falls ihr mal keine Munition mehr habt. Und ansonsten empfehle ich da 2, 3, 4 Synthesen mitzunehmen, damit es da wirklich schneller geht. Die kosten eine Salsa Münze bei Xur. Sollte also jeder haben. Und um sich die Zeit zu sparen, ist das auf jeden Fall wert, weil die Salsa Münzen braucht man sowieso nicht mehr für so viel. Und man kann sie ja jede Woche aus dem Weekly und aus dem Gramm eine ganze Menge farmen. Ihr solltet übrigens ein MG nehmen, das möglichst viel Munition fassen kann, da die Gegner sehr wahrscheinlich One-Shot sind. Bei Headshot, das heißt, umso mehr Munition in diesem MG drin ist, desto besser ist das für euch. Ich habe jetzt hier mal ihr und Slee drin, das ist keine gute Idee bei der Mission, weil ihr den Ritter durch sein Schild schießen könnt. Und ihr wollt den Ritter nicht töten. Von daher würde ich ihr und Slee jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich werde das vielleicht noch mal wechseln. Dann haben wir schon einen Beutezug abgeschlossen. Achso, ja, ich muss noch schwarze Wachskürze anmachen. Lass mich mal kurz in Ruhe, du Mistkäfer. So, wir haben schon noch zwei Schuss. Wie viel ballern wir noch? Jetzt wechseln wir mal gerade das MG, dass wir den Ritter da nicht durchballern. Jolder Summer wäre eine Option. Ja, nehmen wir Jolder Summer. So, jetzt versuchen wir uns mal wirklich viele Gegner zu suchen. So, die sind halt gerade alle weg. Das war nicht so optimal. Jetzt habe ich keine schwere Munition mehr. Ich bin auch gerade mal überlegen. Ich nehme, glaube ich, extrem guten Rat. Ich habe die ja schon. Weil dann habt ihr natürlich den Vorteil, dass wenn ihr daneben schießt, ihr die Munition wieder zurückbekommt. Das heißt, euch wird nur Munition abgezogen, wenn ihr auch Kills macht. Oder so gut wie nur. Ihr verliert zwar ein bisschen was. So 5% von den Schüssen, die daneben gehen, verliert der auch. Aber der Rest geht jetzt im Magazin zurück. Jetzt nehmen wir eine Synthese. Wenn wir dann volle Munition haben, laden nach. Dann stellen wir uns einfach hin und lassen die Gegner auf uns zurennen. Und holzen die um. Man kann schön da rein halten, egal was daneben geht. Man verliert da nicht so wahnsinnig viel. Man soll ja natürlich nicht alles daneben holzen. Weil irgendwann ist die dann auch mal alle. Also wie gesagt, Korrekturmaßnahme. Oder ähnliche Maschinengewehre sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die möglichst viel Munition fassen. Ich habe jetzt nur das hier dabei. Und wie im Prinzip, wie ihr zudelt seid wegen dem Ritter nicht so die optimale Lösung. Weil ihr wollt den auf keinen Fall killen. Weil das kostet euch noch einen Teichhaufen. Also Zeit wieder in den Orbit zurück zu gehen. Jetzt sehen wir, ob ich noch irgendwie schwere Munition geholen kann. Schön nochmal selber killen mit der Granate. Warum auch nicht. Jetzt schauen wir mal. 60 Krills haben wir schon gemacht. 46 hatten wir vorher. 155 haben wir jetzt schon. Das scheint irgendwie auch für gelbe Gegner mehr zu geben. Das heißt wir sind nicht wirklich 500 Gegner. Dass es dann auf jeden Fall ein Grund ist auch für heroisch zu spielen. Das geht dann auch echt. Ziemlich ziemlich schnell. Jetzt hoffe ich auf schwere Munition. Ne. Leider nicht. Den gelben will ich schon mal mitnehmen. So den gelben schnappen wir uns auch noch. Sehr hervorragend. Ich habe die drei Kills noch mitgenommen und er hat mich direkt gekillt. Viel besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Ja. Und da habt ihr gesehen wie das schwere bekommen. Wenn das mit super macht. In Kombination mit Ruino-Flieg kriegt ja fast immer schwerer. Je nachdem wie die Gegner gekillt. Auf jeden Fall ein sehr sehr guter Trick. Einige von euch werden das Video gesehen haben, wo ich 15, 16 mal schwerer bekommen habe. Mit 1 mal super. Ohne schwere Munition können wir halt auch keine Kills mit Mg machen. Das ist äh. Logisch. Ja. Endlich. Und siehe da, wir haben es. Die Klima ist auch vorbei. Das heißt, wir können jetzt den nächsten Schritt in Angriff nehmen. Schauen wir mal was das ist. Gehen wir hier erstmal raus, bevor ich dann gekillt werde. Ab zum Orbit. Bring das Gehäuse zum Waffenmeister. Also wieder in den Turm zum Waffenmeister. Und wir sehen uns gleich wieder. So, der Waffenmeister gibt es jetzt den nächsten Schritt im extrem guten Rat exotischen Beutezug. Und der ist der extrem gute Rat, Leute. Das war's nämlich. Wenn ihr die 500 Kills gemacht habt, die nicht wirklich 500 Kills sind, sondern ein bisschen weniger. Dann könnt ihr euch den extrem guten Rat abholen. Der kostet euch dann nichts mehr. Und da hätten wir ihn. Das war der extrem gute Ratbeutezug. Damit sind wir mit den exotischen Waffen durch. Zumindest mit den Beutezügen für exotische Waffen. Es gibt noch den, äh, Gjellohorn. Ähm, das Gjellohorn Video. Zu den Guides für die Waffen, die ihr bekommen könnt. Und ich werde noch ein paar weitere machen. Äh, Vex Myfoglast würde sich da noch anbieten. Und dann eventuell noch die zwei Neuen aus Haus der Wölfe. Ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Teil. Es ist für die Gläserne Kammer ein extrem guter Rat. Leute, flache Witze incoming. Okay, dann starte und nicht bewegen. Mach's super und nicht bewegen. Okay, 19, 13. Ja, mach die Gegner, mach die Gegnerblatt. Ja, nicht mich. Was ist los mit dir? Hallo.